hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin auf die Jagd nach dem Ticket und spiele das Spiel wieder Forge of Empires haben wir ja gestern schon angefangen man weiß mal ganz schnell ich hoffe es geht ganz schnell ja geht auch Geld erholen das ist das Wichtigste und danach muss ja jetzt immer hier auf Kampagne gehen 5 Wege muss ich bauen ok Wege 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 1 das geht 1 2 3 4 5 so ich habe 5 Wege gebaut und jetzt das nächste einsammeln ok ein Pfahlbau errichten ok noch ein Pfahlbau egal Pfahlbau ist noch in der Straße also geht das einsammeln ein Jagdlager errichten ok dann errichtet man noch ein Jahr klar Jagdlager errichten ok und einsammeln ok forschen ok die Forschung war das hier ne nein das war Lagerhaus das war eine Mahlhütte das war Jagdlager das war mein Pfahl Pfahlhaus Rathaus wo war die Forschung ach da war die Forschung Steinszeit und weißt du das ist schon das ist schon Sperre ist schon wo war die Forschung hier das ist schon ich wirklich wo war die Forschung kann mir das ist schon ich 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 alles ich 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 Ah, da ist der Gegner. Okay. Gut, wir haben eine Forschung gemacht, eine Sperrkampfkaserne, okay, wird gemacht, Baumenü, Jagdkütte, Sperrkampfkaserne. Können wir schon weitermachen, einsammeln. Sehr gut. Später erinnern. Sperrkampf rekrutieren. Das ist schon ein Koffer, alles hier. So, dann haben wir das auch schon gemacht. Einsammeln. Okay. Zwei Denkmaldekorationen haben, liebe Völker. Okay. Ich habe jetzt schon ein, zwei habe ich auch schon. Vielen Dank. so erhöhe die zufriedenheit deiner bevölkerung bis sie begeistert ist die ist doch begeistert oder nicht begeisterte einsammeln tapferei ok die tapferei wollen sie noch haben die war hier da war die tapferei ich hoffe die tapferei bauen ähm ähm hätte man ach forschung das ist äh muss jetzt mal wieder hier raus gehen zur forschung gehen tapferei gleich voll machen jetzt muss ich eine tapferei bauen tapferei diskuss das läuft ja gleich alles mal wegreißen doch wie neu machen naja noch mal ein bisschen platz ich bin schon fertig ein und forkpoint kaufen forkpoint anzeige ich möchte nur wissen wo die forpoint anzeige ist ich weiß wir haben schon fertig aber das würde ich gerne noch wissen forkpoint anzeige wo istnie das wird b das wird nicht das wird dass wir Armee, Handel, Inventar, nein. Wo könnte die sein? Ach, das sind die, oder? Ja, es ist einfach mit Gold. Haben wir gemacht, subi. Oh, die ganz große Erfindung noch, das Rad. Da brauche ich vier Stück, kann ja direkt vier geben, wenn ich vier habe. Wie viel habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Ich bin doch jetzt eigentlich schon in der Bronzezeit, oder? Naja, egal. Später. Oh, der nächste. Hallo. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei dem Spiel. Wenn man das jetzt neu anfängt, weiß man immer nach den linken Typen. Sonst brauchst du alles so bitte um dreifach. Ich beende jetzt mal das Spiel. Hol mir jetzt mein Ticket. Mein letztes Ticket für diese Woche. Und dann war's noch die Woche schon alles. Da würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ежд